Ja hallo und willkommen zurück. Das binst du, du bist Reichtum. Ein Mineral. Okay. Muss also bleiben. Was können wir hier noch überschreiben? Hm. Ganzen. Wir brauchen Reichtum. Gibt es Steine für Reichtum? Wenn ein Edelstahl angrenzt. Zu viel Nahrungsbevölkerung brauchen wir gar nicht. Nahrungsbevölkerung. 25. So. Das ist kein ideales Gebiet für euch, ne? Müssen wir halt ein bisschen umdisponieren. Endkummer noch wegnehmen. Wissenschaft. Achso, das ist Wissenschaft. Ne, das wird nix. Das wird sich schon ne Menge. Wasser. Wasserstufe 2. So. Wenn wir hier ein bisschen umbauen müssen. So. 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 nur eins kann nur in der Kiste gebaut werden immer mal das keine Biodiversität wir müssen auf jeden Fall die Reichtum hochkriegen da kommt angewackelt na ein Kreatorium achat 15 haben wir nichts machen wir das mal so ihr Götzen oh das wird verdammt eng ne das wäre ideal haben wir irgendwas was uns Biodiversität gibt hm wir müssen halt ein bisschen umbauen da wäre angewackelt da ist er ja so das ist ein Wüstending das ist nicht geil ist das eventuell mehr das sollte wir umsetzen und zwar nach hier und die Schildkröten gehen wir da hin Hier die Stufe 2, hm, ich setz mal die doch da hin. Ja, also muss das doch hier hin. Das war schon optimal so, das war schon so gut. Wir brauchen auf jeden Fall, also du gibst mir Nahrung, Nahrung haben wir. Jedes angrenzende Edelsteinbium, ich würde sagen hier. 19. Ok, Bergarbeiterstadt, wenn wir hier noch irgendwas rausholen. Wir haben Wald, wir haben sieben, wieder angrenzende Pflanze, Herz des Dschungels. 2 hier oder was? Ähm, Kopf-Effchen, was bringst du mir? Geld für alles? Individuell, ok, also. 1 hier ist ein Biotiker mit Wissen, ah, mit einem Wissen, ah, ha, 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 ha. Ok, ab hier. Und wenn das jetzt erhöht. Jetzt noch irgendwas geändert? Mineralien? Ah, ich hab die richtigen Karten noch nicht freigeschaltet. Das war jetzt auch wie alles hochtreiben. Wir stehen ja kurz davor. Ah, ich hab die Schweif. Ah, ich hab die Schweif. Die Schweifung. Oder? Das wird mir gedacht. Hier, minus 3. Das können wir ja... Erstmal so. Oh ja. 22. Ich war aber schon über 23. Bus. So, Scrum, kann ich das nicht setzen? Ah, ich hab das nicht. Planet abgeschlossen. Ergebnis. Eine Belohnung erhalten. Das ist nicht viel. Was haben wir denn? Belohnung auspacken. Raus. Nein, nee, verlassen. Eisriesen. Oh. Mineralwächter. Denn Riesen können verschiedene Fähigkeiten besitzen. Aha. Sehr cool. Ich möchte aber gerne einen neuen Planeten erschaffen. Die Göttin. Für Gold, für Nahrung und Gold, für Wissenschaft. Alle Pflanzen erhalten das. Oh, das ist nicht schlecht. Alle Biotika mit der Wissenschaft erhalten grundlegend. Oh, Erfinder auf jeden Fall. Hä? Kann ich kein Eisriesen nehmen? Nee. Riesen verwalten. Menschen mit Ei. Das ist ja uncool. Ah, da. Ah, doch. Eisriesen. Wald. Wir nehmen mal Wald. Ah, okay. Das war nicht freigemacht. Wir gucken rein. Ja, gib mir einen Ort. Gib mir einen Ort. Wir sind auf dem Mount. Ah, okay. Den Eisriesen. Kennen wir ja schon. Ich möchte einen Eisriesen haben. Nee, ich möchte den... ...Planet verlassen. Ich möchte einen Eisriesen haben. Können wir den zurück. Den machen wir irgendwann später mal. Neun Planeten erschaffen. Nee, Erfinder. Eisriese. Genau. Mal zurück. Möchte gern zurück. Dahin. Der ist nicht ausgewählt. Ja, dann machen wir den später. Ähm. Erfinder. Wald. Wir haben nur einen mehr. Und dich. Ich bin gar mit dem Eisriesenmann von Sonnen. Na, da ist er doch. Da ist er. Da, da, da. Da. Das war so klar. Wir möchten jetzt eine Technologie haben. Ich würde in der Eistadt anbauen. Es geht als eine Entfernung pro verlorene Markierung zur Bestimmung. Nächste Stadt. Undere Biotika. Oh, Hämmeline. Wir hauen jetzt mal. Wir holen mal einen Stein hin. Komm ich da durch eins oder zwei? Ah, wir haben Steine. Wir haben Steine. Nee, wir haben aber... Wir können sie jetzt überschreiben. Wie jede Wissenschaft ein Mineralobergrenzen wert. Wenn zwei Drittel Bäume Biotika innerhalb der Grenzen befindet. Nehmen wir das extra. So ist es. Ja. 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 In Österreich. In Österreich. Na? So. Oh. Den Botaniker. Latsch da mal hin. Ihr wollt noch mehr davon. Oh. Ähm. Egal. 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 Die wollen etwas Technologie haben und zwei Pflanzen, vier Bevölkerung. Wow, das ist so ein bisschen. das ist geschafft hier müssen wir noch einzigartige botanika die botanika gibt es gar nicht wählen wir das haben wir schon kann nur da eingesetzt werden wird das jetzt da noch wird schon hart zurück wir brauchen die schaufel stammt das aus dem boden einzigartige botanika wir brauchen mehr tiger ihr wollt mehr reichtum besitzen mehr reichtum hey wo gibt es denn hier noch pflanzen und Ich bin ein Wüste mit mir. Ich bin ein Wüste mit mir. Ok, so sei es, hier können wir uns auch weiterentwickeln, eins, aber das, hier so sei es, können sie noch nicht weiterentwickeln, aber hier können wir uns, wir brauchen mehr Reichtum, ihr wollt mehr Reichtum. Ja, Reichtum kriege ich nur über die Hermeline. Können wir das mal schnell? Das können wir noch nicht mehr, das ist ja nicht das Problem. Mehr. Diese Wüste habe ich nicht. Mach mal dich. Ok Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis denn, ciao. 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 Ciao.